Wie muss Brot schmecken? Die Schwäbisch Gmünder sagen, genauso wie das Brot vom Backparadies Bärot. Die Bäckerei Bärot ist ein Slowbaking-Betrieb. Für das Backen mit Zeit und Geschmack stellt man wirtschaftliche Überlegungen in den Hintergrund und konzentriert sich auf das Wesentliche. Traditionelles, mit Liebe gemachtes, solides Brot und Gebäck. Mit selbst hergestellten Sauerteigen und Vorteigen ist das Backparadies Bärot mancher Konkurrenz geschmacklich weit voraus. Voll aromatisches, köstliches Gebäck braucht keine Butter oder sonstige Geschmacksverstärker. Es schmeckt alleine für sich perfekt. Stündlich wird in den Filialen der Bärots frisch gebacken. Bäckersnacks, kleine Gerichte, Salate, Joghurtbecher und vieles mehr stehen ebenso für Sie bereit. Tag für Tag frisch und innovativ im Geschmack. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.backparadies-berrot.de Bärot, weil's einfach schmeckt.